Herzlich Willkommen bei Camp und Grill, unserem kleinen Ich geh hinter und du gehst du auch hinter, ich geh hinter, weil du größer bist. Irgendwie sind wir so wenig Kopf. Herzlich Willkommen bei Camp und Grill, unserem kleinen Camp und Kopf Kanal hier auf YouTube. Wir stehen in Bad Waldsee am Parkplatz vom Erwin-Hümer-Museum und wie ist die FBI, gibt es noch eins zu sagen? Wir gehen rein. Viel Spaß dabei. Die waren bei uns zu Hause und haben sich ausgestattet. So sind wir auch schon oft genug losgezogen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Mit Trittstufe. Ein Windspiel von 1962. So ein schöner Wohnwagen. Ein bisschen wie eine Puppen. Ein Wohnwagen. Ein Wohnwagen. Bis zum nächsten Mal. 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 schnickschnack kaufen kann. Uns hat es unglaublich gefallen. Reiseführer, ganz viele Reiseführer waren da. Da drüben ist auch die Hümer Fabrik und so weiter. Alles sehr nett beieinander, alles sehr ruhig und wir können es nur empfehlen, oder? Auf alle Fälle mal nach Waldsee kommen. Dann hoffen wir das Video hat euch Spaß gemacht. Wir hatten viel Spaß. Daumen hoch. Über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar hier bei Camp & Grill oder da drüben bei Barbecue Altpferlach. Würden wir uns sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, Servus und... Scherz euch. Scherz euch, sagt die Berlinerin. Tschüss.